Die Liebe geht durch den Magen, das gilt natürlich auch in Baden-Weiler. Und wenn es ums Essen geht, dann ist der Ratskeller mein absoluter Favorite. Alles schmeckt ja gut, ob Pizza, Nachtisch, you name it. Für mich die große Besonderheit Pilles Steak. Wer macht das so, wie ich's gern habe? Und das gönne ich mir heute. Perfekt gebraten. Und wenn das Wetter, ein Terrassenbesuch im Ratskeller einmal ist, nicht zulässt, dann speist man hier drin in aller Gemütlichkeit.